Ich bin für das neue Asylgesetz, weil die damit mögliche rasche Integration und damit auch rasche Integration in die Gesellschaft und ins Erwerbsleben, also in den Arbeitsmarkt vor Flüchtlingen und vorläufig aufgenommen Personen, möglich wird. Und weil ich auf der anderen Seite auch die Ansicht bin, dass wenn man das Asylgesetz die Revision nicht annimmt, dass man dann dringend notwendige Effizienzsteigerung im Asylverfahren auf unbestimmte Zeit rausschieben würde.